Die Vampir-Schwestern Dakaya und Sylvania sind zurück. Boi, boi, boi. Und mit ihnen alte Bekannte. Diesmal haben sie keine Chance. Und neue Freundschaften. Es tut nicht weh. Das ist ja sowas von obervampirolaktisch super mega geil. Krypt und Krax spielen im Bad Church Club. Da müssen wir hin. Nein. Weißt du wer der neuen Manager von Krypt und Krax ist? Dieter Bohlen? Es ist Xanthor. Der Xanthor. Ich lass mir das nicht verbieten. Wie heißt du? Dakar. Dakar. Dakaria gehört mir. Die perfekte Vampir-Dienerin. Diesen Herbst dreht sich alles um große Gefühle. Er hat ein Lied für mich geschrieben. Was? Und jetzt ist Dakar verliebt. Das war nicht ich, das war Karl-Heinz. Ich fürchte irgendwas ist faul. Etwas mit dieser Band vielleicht. So unheimliche Typen. Modo ist total süß. Der ist nicht unheimlich. Findest du diesen Modo jetzt auch so toll oder was? Dakar ist den Modo verknallt. Und jede Menge vampirolaktischer Abenteuer. Dakar! Blut und Mode für die nächsten tausend Jahre. Lass mich los! Was machen wir jetzt? Ich habe die Situation voll unter Kontrolle. Nach den Bestsellern von Franziska Gehm. Der liebt den einen Vampir. Die Vampir-Schwestern 2. Fledermäuse im Bauch. Was haben Sie denn angestellt? Das blutet ja. Ich hab bloß... Die Blutwerte sind soweit okay, aber der Cholesterin ist zu hoch, hm? Ab 16. Oktober im Kino.